Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute die 10 erfolgreichsten YouTube-Videos aus dem Jahr 2021. Ja, wir alle gucken täglich YouTube und wir gucken natürlich auch täglich in die Trends. Was sind die erfolgreichsten oder die meistgeklicktesten Videos? Und wir haben sie für euch zusammengefasst aus dem Jahr 2021. Was waren also die erfolgreichsten Videos? Vielleicht erkennt ihr ja die ein oder anderen Videos wieder. Vielleicht habt ihr auch das ein oder andere Video aber nicht gesehen. Und könnt es jetzt natürlich nachholen, um am Ende auch mit jedem mitreden zu können. Deswegen wollen wir gar nicht viel weiterreden und einfach loslegen. Jetzt kommt Platz Nummer 10. Und Platz Nummer 10 war ein Video von Sophia Thiel. Das Video hieß, die Wahrheit hinter meiner Auszeit auf dem Thumbnail. Wir sehen es ja hier stand, ich bin zurück. Und sie hat hier ihre Beweggründe genannt. Für alle, die sie vielleicht nicht kennen, Sophia Thiel war eine berühmte Fitness-YouTuberin, beziehungsweise ist es ja auch. Und sie hat dort ja so ein bisschen ihre Beweggründe und alles, was dann im Hintergrund passiert ist, nochmal dargelegt. Sie hatte ja glaube ich auch als Start dann nochmal ein YouTube-Video mit Kai Pflaume gemacht, was auch sehr interessant ist. Also das kann ich euch auch empfehlen. Und das war ein sehr emotionales Video auch so ein bisschen. Und ich fand es aber sehr gut. Ich mag sie. Ich finde sie super, super, super sympathisch. Und alles, was sie da gelegt hat, war auch absolut nachvollziehbar. Deswegen, falls ihr das noch nicht geguckt habt, schaut gerne mal rein. Vielleicht kennt ihr ja Sophia Thiel auch nicht. Sie war ja dann wirklich auch ein paar Jahre vom Bildschirm verschwunden. Ja, als nächstes kommt Platz Nummer 9, Karin Ritter. So waren ihre letzten Monate. Das ganze Video war von Stern TV. Stern TV hatte ja schon über längere Zeit die Familie Ritter verfolgt. Und immer wieder gab es Videos über diese Familie. Das ging ja wirklich über Jahrzehnte. Gefühlt schon bevor es YouTube gab, wurde über die Ritters berichtet. Also das nicht nur im gefühlten Maße, sondern es war ja so, als ihre Söhne dann auch noch recht klein waren. Diese Videoausfüchte wurden ja auch immer wieder in den Dokumentationen eingeblendet. Ja, letztes Jahr im Februar ist Karin Ritter dann verstorben. Und Stern TV hatte vorher sie natürlich auch noch begleitet. Und ja, auch die letzten Momente immer wieder mit aufnehmen können, was dann in ihrem Leben noch so passiert ist. Was dann noch für Schicksalsschläge kamen. Da kamen natürlich, man muss sagen, eine sehr polarisierende Person oder Persönlichkeit. Das Ganze natürlich auch, ja, zu Recht auf jeden Fall. Also bei dem, was da alles passiert. Aber es war immer wieder fesselnd. Man hat, glaube ich, immer wieder gerne zugesehen, weil man sowas ja auch sonst nicht so richtig begreifen kann, wenn man es nicht sieht. Ich glaube, wenn man das Leuten erzählt, dann würden die das im ersten Augenblick nicht glauben. Und so entstand dann auch dieses Video und das ist ganz gut viral gegangen. Ja, Platz Nummer 8. Pflege ist nicht selbstverständlich von Joko und Klaas. Das waren 15 Minuten live und das gab es dann als YouTube-Video. Das war ja Teil von einer Joko und Klaas gegen ProSieben Challenge. Das heißt, wenn dann entweder Joko und Klaas gewinnen, dann dürfen sie für 15 Minuten das Programm bestimmen. Oder wenn ProSieben bestimmt, dann darf ProSieben bestimmen, was Joko und Klaas begleiten müssen. Und im Zuge dessen haben Joko und Klaas ja schon öfters sehr gute, ich sage mal kurz Dokumentationen oder auf wichtige Themen aufmerksam gemacht. Ob das dann in der Flüchtlingskrise war oder insgesamt mit Frauen, die belästigt werden im Alltag. Also es gab ganz, ganz viele Themen, auf die wirklich richtigerweise darauf hingewiesen worden ist. Und so auch dieses Thema, denn die Pflege oder die Krankenhäuser oder die Ambulanzen, ja, die machen einiges mit. Und ich glaube, es wird sehr viel darüber geredet, aber man bekommt sehr wenig Einblick. Und ich finde, dass dieser kurze Einblick, den es da gab, ich glaube, es gab auch noch eine längere Version. Da bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, aber ich habe irgendwas im Hinterkopf, dass das Ganze auch noch länger begleitet worden ist, aber trotzdem auch in diesen 15 Minuten gibt es sehr viele Einblicke. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, denn man redet sonst immer darüber, aber man hat es nicht so richtig verfolgt. Und natürlich können auch diese 15 Minuten nicht das widerspiegeln, was der Alltag dieser Personen dann so macht, was das für eine Belastung ist. Aber trotzdem ist es ein sehr guter Einblick. Also guckt euch das auf jeden Fall an, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Ich glaube, mit das wichtigste Videos jetzt hier unter den Top 10 und zurecht ist das so durch die Decke gegangen. Und ich hoffe, dass es jeder von euch auch schon gesehen hat. Ja, Platz Nummer 7. Shirin David, was ist ein Bubble-Bud-Kinderfragen-Rapper bei Late Night Berlin? Ja, Kinderfragen ist, glaube ich, eine ganz bekannte Kategorie aus der Late Night Show, Late Night Berlin. Das Ganze gab es ja auch noch mit den Politikern Olaf Scholz, Annalena Baerbock und Armin Laschet. Da hat es ja auch nochmal hohe Wellen geschlagen. Das Ganze hier war dann natürlich ein bisschen trashiger mit Shirin David, aber ja, glaube ich, ein sehr unterhaltsames Video, kann man sich ganz gut angucken. Und sobald ihr es noch nicht gesehen habt, schaut gerne mal rein. Shirin David, glaube ich, macht das da auch sehr sympathisch, zumindest so wie ich es aufgenommen habe. Und ja, ein ganz gutes Video. Ja, als nächstes Platz Nummer 6. Teddy mit seinem Song Mona Lisa. Ja, Teddy ist uns, glaube ich, allen im Begriff. Wir haben ihn alle schon mal irgendwo gesehen, sei es bei YouTube, sei es bei LOL mit Michael Bulli-Herbig. Einfach ein begnadeter Comedian, aber auch ein begnadeter Sänger. Natürlich ist das alles immer mit einem gewissen Augenzwinkern und das Ganze ist einfach sehr, sehr witzig. Aber ich glaube, seine Stimme, die kann sich schon sehen lassen. Ich glaube, die kann sich schon sehen lassen. Das ist auch, glaube ich, was, was man bei ihm nicht erwartet. Aber er kann extrem gut singen. Er hat eine ganz, ganz gute Stimme. Und ich glaube auch, dass die Mehrheit der Leute, die ihn dann mal gesehen haben, die lieben ihn auch und die finden ihn einfach gut. Und das auch völlig zu Recht. Mir war vorher natürlich ein Begriff. Ich kannte ihn auch von YouTube so ein bisschen, habe ihn aber nicht so richtig verfolgt, ehrlicherweise. Dann bei LOL bin ich wieder so ein bisschen auf ihn aufmerksam geworden. Und fand ihn da natürlich bombastisch und fantastisch. Das war einfach super lustig. Und seitdem gucke ich mir auch sie ja sehr gerne Videos mit seiner Beteiligung an. Vorher hatte ich ihn da, wie gesagt, dann nicht so sehr auf dem Schirm gehabt. Ja, als nächstes Platz Nummer 5. Joey's Jungle. Sein Coming Out. Und dazu gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Denn ich glaube, der Videotitel, der sagt ja schon alles. Und ich will da auch gar nicht so viel drüber reden, weil es einem, glaube ich, auch gar nicht zusteht. Das heißt, wenn es euch interessiert, wenn ihr euch für Joey's Jungle interessiert oder vielleicht auch allgemein für das Thema, dann guckt da gerne das Video rein. Ein gutes, emotionales Video. Und ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen. Und mehr steht einem da auch gar nicht zu. Deswegen, wenn ihr daran Interesse habt, schaut da gerne mal vor rein. Alle Videos sind natürlich unten verlinkt in der Infobox. Das heißt, da könnt ihr direkt auf die Links klicken und euch die Videos angucken. Und ich glaube, das lohnt sich eigentlich bei jedem Video aus unterschiedlichen Beweggründen da mal vorbeizuschauen. Platz Nummer 4. MyLab. So endet Corona. Ja, Mai. Immer wieder mit dabei. Wir hatten ja letztes Jahr und davor das ja auch schon die berühmtesten oder populärsten YouTube-Videos abgeklappert. Und sie hat eigentlich immer einen mit dabei. Immer ein Video, was ganz weit vorne ist. Und das lässt, glaube ich, auch auf ihre Qualität schließen, weil das, was sie produziert, das ist interessant. Das hat einen Anspruch und das ist trotzdem spannend. Und das ist, glaube ich, bei manchen Themen recht schwer, dass man komplexe Themen so verpacken kann, dass die Leute auch Bock haben, sich das anzugucken und auch über mehrere Minuten, denn die Videos sind ja nicht kurz. Und sie produziert auch nicht so viel, also das kommt ja jetzt nicht irgendwie jeden zweiten Tag dann Video rausgeschossen, sondern sie produziert sehr bedacht und das lässt sich dann auch in der Qualität so ein bisschen widerspiegeln. Sie hat ja mittlerweile auch eine eigene Fernsehshow. Also ich feiere Mai, also ich finde es großartig. Ich freue mich immer wieder, wenn ein Video rauskommt, weil sie es einfach, wie gesagt, schafft, diese schweren Themen ganz leicht zu verpacken. Ja, Platz Nummer 3. Influencer werben für mein Fake-Produkt. Das war ein Video von Marvin und ein sehr, sehr unterhaltsames Video. Also es hat einen wirklich, wirklich zum Lachen gebracht. Es gab ja, glaube ich, zwei Teile auch davon, von diesem Video. Und am Ende gab es da natürlich noch so eine gewisse zweite Ebene, denn in dem Video kam auch Leon Marchère drin vor und sein Management bedrohte dann Marvin auch noch in diesem Video. Er veröffentlichte dann auch Telefonate von dem Ganzen und im Internet wurde sich ja sehr in Rage geredet. Ich erinnere mich noch an Unge, der da wirklich ja dann alles abließ. Und am Ende war halt diese zweite Ebene, dass Marvin Wildhage dann von Leon Marchère auch hops genommen wurde und er das Ganze so ein bisschen durchschaut hat, dass er dort einfach nur versucht wird zu verarschen. Und dann hat er halt Marvin auf der zweiten Ebene nochmal verarscht. Und das war ganz amüsant anzusehen. Dafür muss man sich, glaube ich, drei, vier Videos angucken. Aber egal, welches man schaut, es ist immer sehr, sehr witzig, sehr, sehr schön. Ja, und man hat einfach, glaube ich, bei allen so für ein paar Lacher gesorgt. Und ich fand es ganz nett. War ja dann am Ende alles friedlich und so muss es dann, muss es dann auch, glaube ich, am Ende laufen. Platz Nummer zwei, Philipp Mickenbecker, Live Lion. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich groß dazu sagen soll. Ich glaube, jeder kennt Philipp, jeder hat dann die Geschichte wahrscheinlich auch am Ende noch mitbekommen, dass er dann erneut an Krebs erkrankt ist. Aber auch die vorigen Videos, also was er mit den Real Life Guys erschaffen hat, das ist einfach Entertainment auf ganz großem Niveau. Und sie haben einen immer wieder dazu animiert, irgendwie nach draußen zu gehen, einfach mal selbst was zu bauen, Hand anzulegen. Und das war ja unglaublich inspirierend, glaube ich. Er auch als Person, diese letzten Wege, diese letzten Videos war ja dann auch sehr gläubig. Darum geht es ja auch in dem Kanal Live Lion so ein bisschen. Und das war auch sehr beeindruckend, das alles so mitzubekommen. Und dieses Video war sehr emotional und spricht auch für sich. Ich glaube, da kann man wirklich gar nicht mehr so viel dazu sagen. Wenn man die ganze Geschichte kennt, wird man das Video wahrscheinlich auch geguckt haben und weiß, wie emotional es dazu geht. Und wenn man es vielleicht noch nicht geschaut hat, dann kann man das natürlich jetzt auch nochmal nachholen. Platz Nummer 1, wie immer auch mit dabei in den Top 10, das ist ähnlich wie bei Mai. Das ist natürlich Rezo auf seinem Zweitkanal mit Zerstörung Teil 1, Inkompetenz auf dem Thumbnail. Wir sehen es ja hier ganz groß, CDU Y. Im Moment, das ist Stand April 2022, hat das Ganze 6,1 Millionen Aufrufe. Also hat richtig ordentlich wieder abgesahnt. Das ist ja sehr oft bei den Rezo-Zerstörungsvideos der Fall gewesen. Und er hat sich da mal wieder politisch auseinandergesetzt. Sehr, sehr gut, sehr fundiert, mit Quellen belegt. Also wie immer, glaube ich, auf einem hohen Rechercheniveau, so wie man es von ihm gewöhnt ist. Und ja, wie immer gab es natürlich keine passende Antwort der Politik. Da würde man sich wirklich mal wünschen, dass da der Austausch einfach ein bisschen offener wird von beiden Seiten. Denn ganz ehrlich, ich würde mir auch gerne die andere Seite anhören. Und hätte es gerne, dass man da vielleicht in einem 1-zu-1-Gespräch einfach mal was sagen könnte. Bis jetzt ist es ja irgendwie noch nicht zustande gekommen. Ich glaube, es lag auch an Armin Laschet. Ich glaube, es gab da sogar auch irgendwie ein Vorhaben, dass man sich mit allen drei Spitzenkandidaten, also mit Annalena Baerbock und Olaf Scholz, trifft. Aber Armin Laschet wollte diese direkte Konfrontation nicht, was ich ehrlicherweise schade finde. Weil ich glaube auch, dass er sicherlich da ein paar Punkte für sich hätte gewinnen können, wenn er einfach gut auf die Sachen Bezug genommen hätte. Aber wie auch immer es ist, das Video geht immer sehr gut. Schaut da vielleicht mal vorbei. Es ist natürlich inhaltlich, thematisch nicht mehr so aktuell wie vorher. Ja, dennoch, es hat sicherlich noch einen gewissen Wert. Also schaut auch gerne mal bei diesem Video vorbei. Ihr könnt ja mal sagen, wie viele von den 10 Videos ihr geschaut habt. Also wie viel Prozent habt ihr von den Videos schon geguckt? Vielleicht sogar alle? Man weiß es nicht. Und ansonsten schreibt gerne mal Video-Vorschläge in die Kommentare. Gebt einen Daumen nach oben. Und wir sagen bis zur nächsten Folge und ciao. Bis zum nächsten Mal.